Hey Leute, hier ist Anzu und heute geht es mal ein bisschen um Anime. Ich habe 15 Fragen rausgesucht, die alle zum Thema Anime sind. Und die werde ich jetzt so spontan wie möglich einfach mal beantworten. Natürlich habe ich die beim Raussuchen alle schon mal durchgelesen und so ein, zwei Gedanken dazu gehabt. Aber ich habe versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken, damit das Ganze wirklich so spontan wie möglich wird. Vorneweg vielleicht noch zwei Sachen. Erstens, warum steht Pirona Schirm hier im Hintergrund rum? Einfach, weil ich sehr stolz bin, dass ich diesen Schirm so gut hinbekommen habe und ihn deswegen die ganze Zeit irgendwo dekorativ rumstehen habe. Und ich dachte mir, wenn ich ein Video mache, kann er halt auch dekorativ im Hintergrund rumstehen. Und die zweite Sache, das Video heute ist eine kleine Zusammenarbeit mit drei anderen Kanälen. Und zwar tagge ich hier mit die Bonobos, Sarko Fuxi und Sammy TM diese 15 Fragen auch zu beantworten und dann auch ein Video davon zu machen. Und ich werde euch die Kanäle der drei einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Und sobald die Videos der anderen fertig sind, werden die auch irgendwo anklickbar sein. Und dann fange ich jetzt direkt an mit den 15 Fragen zum Thema Anime. Der erste Anime, den ich je geschaut habe, ist wahrscheinlich Sailor Moon, würde ich jetzt spontan sagen. Es kann auch sein... Ne, ich glaube meinen ersten Ghibli Film habe ich später geschaut. Also ich würde schon sagen, mein erster Anime, den ich je geschaut habe, war Sailor Moon. Und ich liebe ihn bis heute. Mein Lieblingsanime ist vermutlich... Das ist eine schwere Frage. Es gibt viele, viele gute. Aber ich würde sagen, mein Lieblingsanime ist Sword Art Online. Einfach weil Sword Art Online mich so ein bisschen in diese ganze Anime-Szene sehr, wie sagt man, zurückgeholt hat. Also durch Sword Art Online bin ich wieder sehr stark dazu gekommen, mehr Animes zu schauen. Und ich habe dann auch angefangen mit Cosplayen durch Sword Art Online. Und das ist einfach so ein bisschen... Nicht nur der Anime an sich, sondern halt auch das ganze drumherum. Weswegen ich den Anime so sehr mag. Und ja, Sword Art Online. Die Frage ist total einfach. Mein Lieblingsanime-Film wird für immer und ewig mein Nachbar Totoro sein. Das war der zweite Ghibli-Film, den ich je gesehen habe. Also ich habe zuerst Jairus Reise in Saberland gesehen und dann kurze Zeit später Totoro. Und ich habe Totoro einfach geliebt und ich liebe ihn immer noch. Und es ist einfach so Nostalgie vielleicht so ein bisschen. Aber auch einfach ganz viel Liebe und ganz viel... Ah, es ist alles so toll und... Ich weiß nicht. Ich liebe Jibli-Filme prinzipiell sowieso total, aber mein Nachbar Totoro ist einfach so... Bei dem ist bei mir einfach so damals so das Herz aufgegangen und seitdem ist es nie wieder zugegangen. Das ist eine echt schwere Frage, weil es gibt so viele Animes und in jedem Anime gibt es tausende von Szenen und das multipliziert sich dann. Und wie soll ich mir da eine aussuchen? Ich glaube, ich würde zwei Szenen nehmen, die sich sehr ähnlich sind. Und zwar bin ich eher so, dass ich die traurigen Szenen sehr gerne mag, weil ganz viel Emotion und so. Die erste Szene ist aus Sailor Moon. Die Szene, wo Mamoru sozusagen mit Bunny Schluss macht. Beziehungsweise ihr sagt, dass sie sich nicht mehr sehen können sollten und sie sozusagen mehr oder weniger aus der Tür rausschiebt und sie an der Tür klöffelt und sagt, wieso? Und er dann sagt, mach es nicht noch schwerer, als es schon ist und dann weint sie und dann ist es alles so traurig. Das ist halt eine der Szenen, die mich so wirklich in Sailor Moon richtig, richtig mitgenommen hat. Und die zweite Szene, die relativ ähnlich ist und zu meinen Lieblingsszenen gehört, ist aus Sword Art Online. Und zwar die Szene, in der Lisbeth realisiert, Kirito und Asuna, oh, da läuft was. Verdammt! Also sie hat ihm ja mehr oder weniger gestanden gehabt, dass sie ihn mag, aber er hat es halt akustisch nicht so richtig verstanden oder an sich nicht so richtig gecheckt. Als Lisbeth dann realisiert, dass sie eigentlich da keine Chance hat, weil Asuna und so, da zieht sie sich auch zurück und geht dann unter die Brücke und weint. Was eigentlich echt ziemlich, ziemlich, ziemlich traurig ist, dass sie unter der Brücke weint. Aber ich kann sie halt auch irgendwie voll verstehen, so in diesem Moment ist es einfach so. Also diese Szene hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Und ganz im Geheimen bin ich ja sowieso eigentlich Team Kirito und Lisbeth, obwohl ich Asuna auch sehr, sehr mag. Und Asuna und Kirito sind auch toll, aber Lisbeth und das Ganze hat mich immer schon in eine kleine Zwickmühle gebracht. Mein Lieblings-Anime-Charakter ist Gott. Ich würde spontan sagen Kaori Miyazano von Shigatsu wa Kimi no Russo oder You'll Lie in April. Man denkt halt am Anfang nicht so dieses typische, beliebte Mädchen, was relativ oberflächlich ist. Aber ihre ganze Entwicklung während des Anime und halt dann das Ende, wo dann dieser Brief sozusagen von gelesen wird und dann erklärt wird, warum eigentlich auch der Anime so heißt, wie er heißt und alles. Das war so auch sehr, sehr traurig. Aber es war halt einfach, es hat einfach gezeigt, was für ein starker Charakter sie ist. Und ich weiß nicht, was sie eigentlich, was eigentlich alles hinter ihr steckt und so. Ich mochte halt auch, dass sie Kosei so animiert hat, wieder mit der ganzen Musik anzufangen und halt ihm wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, sag ich mal. Und weiß nicht, ich, also, ja, ich würde sagen, sie ist mein Lieblings-Charakter. Das ist noch schwieriger als die Frage vorher, weil ich mich selbst immer gar nicht so einschätzen kann. Und ich würde sagen, ich bin so eine Mischung aus Umaru, Asuna, Kaori, vielleicht ein bisschen Kirino, ein bisschen aber nur. Und noch irgendwer. Ja, doch, ich würde schon sagen, ich bin eine Mischung aus den Vieren am ehesten noch und am allermeisten vielleicht wirklich Asuna. Ich kann das gar nicht wirklich einschätzen. Oh Gott, ein Anime in einem Stück, ich glaube, das habe ich nie gemacht. Also, ich habe Sword Art Online innerhalb von drei Tagen geschaut, glaube ich. Ja, beziehungsweise innerhalb von drei Nächten. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Anime komplett an einem Stück geschaut. Ja, ich habe Animes gedroppt und abgebrochen. Ich glaube, eigentlich nur einen, den ich wirklich abgebrochen habe. Und dann gibt es halt ganz viele, wo ich halt einfach noch nicht weiter geschaut habe. Und der eine, den ich wirklich abgebrochen habe, war Hellsing. Und zwar nicht, weil ich den schlecht fand. Ich fand ihn mega, mega gut. Vor allen Dingen, die Zeichnung fand ich halt richtig krass. Aber das Thema Vampire geht halt an mir total vorbei. Also, Vampire sind überhaupt nicht meins. Und ich weiß nicht, das war mir dann irgendwann zu blutig alles. Und zu viele Innereien und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, okay, die letzten zwei oder drei Folgen schaue ich mir jetzt einfach nicht mehr an. Ach ja, und es gibt dann noch ein Anime, den ich abgebrochen habe. Und zwar ist es Lock Horizon. Und bei Lock Horizon ist es so, dass halt gesagt wurde, der ist total wie Sword Art Online. Beziehungsweise Sword Art Online ist total wie Lock Horizon. Aber irgendwie finde ich, sind die beiden komplett unterschiedlich. Und irgendwie finde ich Lock Horizon nicht so spannend. Je nachdem, was man zu Anime zählt, gibt es drei Anime, die ich mehrmals geschaut habe. Beziehungsweise sagen wir drei Serien. Das wäre natürlich Sailor Moon und Sword Art Online. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden, die ich komplett mehr als einmal gesehen habe. Bei Sailor Moon liegt es einfach daran, dass ich das halt als Kind schon ganz oft gesehen habe und dann später einfach nochmal komplett geschaut habe. Und bei Sword Art Online ist es so, dass ich es erst auf Deutsch geschaut habe und dann halt nochmal auf Japanisch. Oder andersrum. Und dann, je nachdem, ob man das jetzt zum Anime zählt oder nicht. Aber ich habe Avatar, der Herr der Elemente, also die Legende von Arn, habe ich bestimmt fünfmal geschaut oder so. Also, diese Serie war für mich auch sehr, sehr prägnant, so als Teenager, sage ich mal. Ich glaube, es gibt kein Anime, den ich wirklich bereue, geschaut zu haben, weil ich entweder Anime schaue, weil sie mir empfohlen werden und ich relativ gute Quellen mehr oder weniger habe, die mir halt Animes empfehlen. Oder ich informiere mich halt selbst vorher, was das für ein Anime ist und überlege halt, ob ich das gucken will oder nicht. Und deswegen gibt es, glaube ich, nicht so viele Animes, die ich anfange zu schauen und die mir dann nicht unbedingt gefallen. Aber wenn ich mich jetzt auf ein oder zwei festlegen sollte, dann ist es vielleicht Lock Horizon, weil, wie gesagt, habe ich den abgebrochen, einfach weil er mir zu langweilig war. Welches Anime ich vielleicht auch noch so ein bisschen bereue, ist Guilty Crown. Nicht, weil der Anime nicht schlecht war, sondern einfach, weil das Ende scheiße war. Also, bei Guilty Crown, ich weiß nicht, das war so... Der fing gut an, hatte für mich so den Höhepunkt, als Haru gestorben ist. Und dann ging es irgendwie nur noch bergab. Dann wurde es seltsam und schlecht und dann war das Ende und das war komisch und dann war es vorbei. Deswegen, ich bereue es nicht unbedingt, den geschaut zu haben, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, so... Ich kann mich nicht auf eins festlegen, aber ich würde sagen, Slice of Lies mag ich sehr gerne. Dann Shoujo mag ich sehr, sehr gerne. Und Fantasy oder Science Fiction. Ich weiß nicht genau, wie man es einordnen will, aber sowas wie Sworded Online, Parasite, Psychopath und sowas. Ich glaube, das wird alles so in dieses Fantasy, Science Fiction irgendwas. Aber das mag ich auch sehr gerne. So ein bisschen postapokalyptisch, die Welt geht unter oder halt beziehungsweise irgendwelche komischen Welt-Szenarien wie in Psychopaths. Sowas mag ich irgendwie. So ein bisschen, gar nicht politisch angehaucht, aber so ein bisschen Gesellschaftskritik oder ein bisschen tiefer greifen. Nicht zu extrem, dass es dann wieder anstrengend, aber so ein bisschen, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, und Shoujo halt so alles so, was Michi halt mögen. Yay! Und Slice of Lies ist einfach mal so ein bisschen was, wo man abschalten kann, wo man nicht wirklich drüber nachdenken muss und einfach mal lachen kann. Und wo ich vor allen Dingen meistens auch am meisten verstehe. Also, Sailor Moon. Ja, ich glaube sogar an mehreren Stellen. Aber vor allen Dingen natürlich an der Szene, die ich vorhin erzählt habe. Bei Lisbeth habe ich nicht geweint. July in April. Die letzte Folge habe ich, glaube ich, nach ein, zwei Minuten angefangen zu weinen und dann habe ich die ganze Folge durchgeweint oder so. Es ist schon echt hart. Dann bei Guilty Crown, als Haru gestorben ist, da habe ich auch so geweint. Als Inuri gestorben ist, überhaupt nicht, aber als Haru gestorben ist, war das wirklich so... Nein, wieso? Ich glaube, ich habe auch ein paar Tränen verdrückt, als die Flying Lamp sozusagen gestorben ist. Das war auch sehr traurig für mich. Das heißt, ich habe auch bei One Piece geweint. Und ich glaube, bei Ace tot direkt habe ich nicht geweint. Aber nach den ganzen Rückblenden, die dann kamen, als Ruffy dann realisierte, Oh nein, Ace ist tot! Und ich dann auch realisierte, Oh nein, Ace ist tot! Ich glaube, da habe ich auch hart zu kämpfen gehabt. Und vielleicht auch ein, zwei Tränen verdrückt. Das sind wahrscheinlich die ganzen Slice-of-Lice-Dinge. Also sowas wie Nichijou oder Atsumanga-dayo oder Umaru. Das sind glaube ich so die, wo ich sehr viel gelacht habe. Natürlich gibt es auch andere Animes, wo man sehr viel lacht. Aber das sind halt so die, die so ein bisschen auch dafür gemacht werden, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Den-Eye-Lied kennt, was eigentlich aus Bakemonogatari dieses Schulmädchen singt. Also es ist eigentlich ein Outro, glaube ich, bei Bakemonogatari, das halt von diesem Schulmädchen irgendwann mal gesungen wird. Aber es gibt davon halt eine Isaiah-Version, also Isaiah von Dorarawa. Und ich bin ja wie zufälligerweise, bevor ich das Original von Bakemonogatari mal gehört habe, bin ich halt auf dieses Cover von Isaiah gestoßen. Und ich fand Isaiah total toll und die Stimme. Und irgendwie habe ich dann herausgefunden, dass er von Dorarawa ist. Und dann dachte ich mir, okay, den muss ich auf jeden Fall schauen. Und dann habe ich Dorarawa geschaut und ist total geliebt, weil es einfach mega, mega cool ist. Also Dorarawa ist auch sowas, was ich so ein bisschen in diese Fantasy-Science-Fiction-Kategorie zählen würde. Und den Anime habe ich halt eigentlich nur geschaut, weil ich dieses Lied gehört, beziehungsweise dieses Video von Isaiah gesehen habe. Und mir so dachte so, oh, er sieht toll aus. Ich will wissen, aus welchem Anime er ist. Oh Gott. Auf jeden Fall Mamo-chan, also Mamoru von Sailor Moon. Dann Kirito, auch auf jeden Fall. Dann wird es schon schwierig. Ah, Zoro, natürlich. Wie kann ich Zoro vergessen? Zoro. Und dann noch zwei. Oh, ja. Natürlich Tomoe von Kamisama hajimemashita. Und... Wer noch? Ich brauche noch einen fünften. Und dann vielleicht Isaiah. Wobei Isaiah halt ein bisschen strange ist. Ja, ich nehme ihn einfach mal mit rein, weil ich mich sonst eh nicht für einen anderen fünften entscheiden könnte. Lege ich eine Reihenfolge fest? Ich versuche es. Oh Gott. Mamoru oder Zoro? Mamoru oder Zoro? Mamoru oder Zoro? Okay, Mamoru einfach, weil Mamoru schon länger so einer meiner Lieblinge ist. Deswegen Mamoru, Zoro. Okay, Mamoru, Zoro. Kirito, Tomoe, Isaiah. Ich glaube, das ist meine Reihenfolge. So, und das waren jetzt ganz schön viele random Gedanken über Anime. Checkt auf jeden Fall die Videos bzw. die Kanäle der anderen drei aus, die alle verlinkt sein werden. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer dümmster Grund war, warum ihr ein Anime geschaut habt. Weil ich finde, mein Grund war schon ziemlich strange. Aber vielleicht habt ihr ja noch dümmere Gründe. Und dann bis zum nächsten Video. Oh, oh! Oh!